Guter Pass für die Hamburger. Kein Abseits. 1-0 Situation. Tor! Das 1-0 für Hamburg! Fynn jetzt mit dem Solo. Zieht einfach mal ab. Und was ganz Neues heute. Der Puck landet im Fangnetz. Schon dann abgeblockt. Tor! Das habe ich gar nicht gesehen. So ist der da reingetrudelt. Über die linke Seite. Spiel den Pass rüber. Lang abgewaltigt. Tor! Eiskalt. Zu Ende gespielt. Weil sie dann doch eher die Unterchancen kriegen. Aber da ist der Anschlusstreffer für Bremen. Das 2-3. Einfach mal von der blauen Loppi da ein Richtung Tor. Von dem Freizeit. Jetzt auf jeden Fall Schuss auf Hamburg! Die Nummer 11 ist es! Markus! Bleibt Pistel! Markus! Bleibt Pistel! Na gut! Mit Schador! Anschlusstreffer für Bremen! Das ist ja auch verkehrt. Die Bremer sind zu fünft auf dem Eis. Die haben zu viele Spieler tatsächlich. Ah ne. Die haben den Goalie runtergenommen. Das kommt, wenn man sich auf eine Sache konzentriert. Tor ist frei. Götze der Bündenthal. Schuss. Und er trifft die Flasche! Und nach Tor! Fünft zu drei. Die Entscheidung. Elf Sekunden vor Ende.